Dies ist wahrscheinlich die größte europäische Hochzeit des Jahres. Der Herzog und Milliardär Hugh Grovenor heiratete die Bankierstochter Olivia Hansen. Die Braut war umwerfend in ihrem prächtigen Kleid. Aber ein Detail ihres Outfits hat alle überrascht. Welche Teile dieser Zeremonie haben die Gäste am meisten beeindruckt? Wer ist dieser reiche Mann, der kürzlich als der beneidenswerteste Junggeselle Englands galt, wirklich? Und wie hat es dieses Mädchen geschafft, den brillanten Herzog für sich zu gewinnen? Sehen Sie sich das ganze Video an, um es herauszufinden. Fangen wir an. Hugh Grovenor, auch bekannt als der Herzog von Westminster, gilt als der reichste Mensch der Welt unter 40 Jahren. Sein Vermögen übersteigt 12 Milliarden Dollar. Hugh wird oft als der Besitzer von der Hälfte Londons bezeichnet. Seine Familie besitzt 300 Hektar Land in den prestigeträchtigsten Gegenden Londons sowie riesige Anwesen und Schlösser in ganz England. Einige Experten glauben, dass die Grovenors mehr Land besitzen als der britische König. All dies sowie ein großes Agrargeschäft und Verarbeitungsanlagen bringen dem Herzog enorme Einnahmen. Allerdings ist der Hauptwert der Adligen Dynastie nicht das Geld, sondern die Stellung in der aristokratischen Gesellschaft. Der Name Grovenor stammt aus dem Mittelalter und ist durch verwandtschaftliche Bande mit den königlichen Familien Großbritanniens verbunden. Dabei ist Hugh ein attraktiver junger Mann mit einem guten Sinn für Humor. Er hat ein schickes Hobby, Tontaubenschießen. Der Herzog von Westminster hat sogar die britische Mannschaft bei den Olympischen Spielen vertreten. Der Herzog ist auch sehr großzügig. Seine jährlichen Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen belaufen sich auf mehrere 10 Millionen Dollar. Hugh besuchte eine gewöhnliche staatliche Schule. Nur wenige in der Schule und an der Universität wussten, aus welcher Familie er stammte. Zu seinem 21. Geburtstag organisierte sein Vater eine luxuriöse Party im Familienanwesen Iton Hohl, die 5 Millionen Pfund kostete. Auf der Party waren 800 Gäste, darunter auch Prinz Harry. Die Freunde des jungen Grovenor waren schockiert und sagten, Oh mein Gott! Ich saß im Unterricht neben ihm und hatte keine Ahnung, dass er so viel Geld hat. Doch bei der Feier war eine Gästin anwesend, die alles über Hugh wusste. Harit Tomlinsohn, seine Freundin aus dem College, war über mehr als 10 Jahre Hughes-Freundin. Sie trennten sich immer wieder und kamen dann wieder zusammen. Bis zum Alter von 32 Jahren galt dieser schöne und unglaublich reiche junge Mann als begehrter Junggeselle. Dieser Status machte ihn zur Hoffnung vieler Londoner Damen aus den höheren Kreisen der Aristokratie. Im Frühjahr 2023 wurden ihre Träume zerstört. Und zwar nicht durch eine Prinzessin mit blauem Blut, sondern durch ein einfaches Londoner Mädchen namens Olivia. Hugh und Olivia verkündeten ihre Verlobung und die bevorstehende Hochzeit. Wie konnte die Tochter eines Börsenmaklers den brillanten Herzog erobern, mit dem sich Dutzende aristokratischer Familien Englands verschwägern wollten? Olivia selbst kann nicht als Mädchen aus einfachen Verhältnissen bezeichnet werden. Sie wurde in die Familie eines erfolgreichen Bankiers hineingeboren, der ein großes Vermögen gemacht hat. Ihre Mutter Caroline ist eine Nachfahren des Marquis von Bristol, der aus einer der ältesten Bankiersfamilien Großbritanniens stammte. Die Eltern umgaben ihre Tochter mit Fürsorge und investierten eine Menge Geld in ihre Ausbildung. Olivia besuchte eines der prestigeträchtigsten Bildungseinrichtungen Englands, das Marlborough College. Zu den Absolventen dieser Schule gehören Kate Middleton, die Ehefrau des britischen Premierministers Samantha Cameron und sogar der bekannte Rockmusiker Chris de Bourgh. Vor zwei Jahren stellte Olivias College-Freundin sie Hugh Grovenor vor. Zuerst waren ihre Beziehungen freundschaftlich, aber allmählich entwickelten sie sich zu etwas Größerem. Sie verliebten sich ineinander. Man sah sie oft bei Konzerten und gesellschaftlichen Ereignissen, und das Mädchen verbrachte lange Zeit in den zahlreichen Anwesen der Grovenor-Familie. Gemeinsame Lebensanschauungen, ähnliche Interessen, Tätigkeitsbereiche und natürlich gegenseitige Sympathie. Das waren wohl die Zutaten für die warmen Beziehungen zwischen Hugh Grovenor und Olivia Hansen. Endlich fand die Hochzeit statt, über die in der Presse am meisten berichtet wurde. Es war das größte gesellschaftliche Ereignis in Großbritannien und möglicherweise auch in Europa. An der Veranstaltung nahmen die prominentesten Aristokraten teil. Die Hochzeit fand in der legendären Kathedrale von Chöster statt. Viele Könige und Königinnen Englands wurden hier getraut. Die Braut kam mit ihrem Vater in einem alten Bentley aus dem Jahr 1930 in der Kathedrale an. Sie war unglaublich schön in ihrem prachtvollen Kleid. Fielen fiel das elegante Detail von Olivias Hochzeitsoutfit auf. Normalerweise tragen Bräute weiße Schuhe, die mit dem weißen Kleid harmonieren. Doch an Olivias Füßen befanden sich dunkelblaue Samtschuhe mit hohen Absätzen, die mit einer spektakulären Schleife verziert waren. Es scheint, als würde sie nur einer alten englischen Tradition folgen. Es gibt ein altes Sprichwort, das einem Paar, das heiratet, Glück bringen soll. Etwas altes, etwas neues, etwas geliehenes, etwas blaues, ein Sixpence im Schuh. Wir sind nicht sicher, ob sie eine Münze im Schuh hatte, aber der Blauton passt zur Stimmung. Die Einfassung des Schleiers wurde mit einem Muster bestickt, das dem des Schleiers der Urgroßmutter der Braut aus dem Jahr 1880 ähnelt. Dieses Element ihres Bildes war offenbar ihr etwas altes. Als etwas Geliehenes trug die Braut das Fabergé-Diadem Myrtenblatt, das seit 1906 alle Bräute der Familie Grovenor an ihren Hochzeitstagen getragen haben. Diese Tiara ist eine unglaublich romantische Wahl, denn das Myrtenblatt ist ein Symbol der Liebe und wird eng mit Aphrodite, der griechischen Liebesgöttin, in Verbindung gebracht. Die neue Herzogin von Westminster trug einen Blumenstrauß aus dem Garten von Iton-Hol, wo sie und der Herzog sich niederlassen wollen. Als Ehrengäste waren König Charles III. von England und Königin Camilla vorgesehen, denn der Monarch ist der Patenonkel von Hugh Grovenor. Aber es gab einen Haken. Camilla hegt einen Groll gegen die Familie des Herzogs von Westminster. Als Hugh's Schwester vor vielen Jahren heiratete, lud die Familie alle königlichen Verwandten ein, einschließlich Elisabeth II. außer Camilla. Der Grund für die Nicht-Einladung Camillas war, dass sie sich nicht an die Regel hielt, als Geschiedene an der Hochzeit teilzunehmen. Vielleicht hegten Charles und Camilla einen Groll und verweigerten ihre Teilnahme mit dem Hinweis auf eine Reise in die Normandie am Vortag. Auch die Prinzessin von Wales, die sich wegen ihrer Krebsbehandlung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, war nicht anwesend. Prinz William war daher während der Hochzeitszeremonie allein und fungierte als Begleiter. Der jüngere Sohn von Charles, Harry, erklärte öffentlich, dass er nicht zur Hochzeit kommen werde. Obwohl er einen versteckten Konflikt mit seinem älteren Bruder William leugnet, war seine Absage höchstwahrscheinlich damit verbunden. Hugh Grovenor ist eng mit beiden befreundet. Es ist eine Schande, dass einer der Prinzen aufgrund der langjährigen Differenzen zwischen seinen Brüdern nicht an der Hochzeit seines Freundes teilnehmen konnte. Nicht ohne kleinere Zwischenfälle Zwei Demonstranten der sozialen Bewegung Just Stop Oil versuchten, den Moment des Auszugs des Brautpaares aus der Kathedrale von Schöster zu stören, indem sie eine orangefarbene Rauchwolke ausstießen. Die Polizei traf jedoch schnell ein und hielt sie auf. Einheimische, die zur Trauung auf den Platz gekommen waren, wurden mit kostenlosem Eis bewirtet. Eine große Menge von Schaulustigen applaudierte William und dem frisch vermelten Paar. Und nach der Trauung küßten sich Hugh und Olivia vor den Augen der Menge und erhielten begeisterten Beifall. Auf die Zeremonie folgte ein extravaganter Hochzeitsempfang im Haus der Familie des Herzogs von Iton Hohl. Es handelte sich jedoch um eine private Feier, die nicht in der Presse veröffentlicht wurde. Wir bewundern dieses schöne Paar und wünschen Ihnen ein glückliches Eheleben. Und die Stärke Ihrer Ehe wird nur bestätigen, dass die Hauptsache im Familienleben die Liebe ist, nicht die Herkunft oder die Größe des Geldbeutels. Was hat Ihnen am meisten an dieser großartigen Hochzeit gefallen? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren mit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht zu liken und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.